Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin Kuschel und in diesem Video zeige ich euch, wo ihr die Äpfel der dieswöchigen Herausforderung einmal konsumieren müsst, also essen müsst. Und zwar müsst ihr einmal zum Obstgarten gehen. Das ist so eine Früchte Farm, nennen wir es einfach mal so, und die ist im Norden von Frenzy Farm. Und wenn ihr hier landet, dann seht ihr auch, dass hier ganz, ganz viele Äpfel und alles schon rumliegen. Und wenn ihr landet, dann seht ihr natürlich Full Health, also fallt einfach irgendwo runter, damit ihr ein bisschen Fallschaden habt. Und dann gönnt euch einfach drei, insgesamt drei Essen, und dann habt ihr auch die Herausforderung geschafft. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich. Benutzt auch Creator Core Kuschel im Item Shop, um mich zu unterstützen. Und vergesst nicht, ich streame ja mal die Woche auf Twitch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream und euch noch einen schönen Tag.